Herzlich Willkommen bei der Hagener Show. Wir drehen heute live in Hagener. Unser erstes Thema sind zwei Mädchen namens Anna und Sophia. Die beiden sind talentierte Tänzerinnen. In Hagener am Bodensee wurde ein Mord beobachtet. Vor Ort ist meine Kollegin Alea Troll. Das ist ein Mord beobachtet. Hallo und herzlich willkommen Der Mordfall gestern Vormittag hält das ganze Dorf Haakner in Atem Ich habe höchstpersönlich Alina Pfeffer hier, die alles live miterlebt hat Hallo Alina, ich werde dir heute ein paar Fragen stellen Wie sieht das Opfer aus? Er hatte braune Haare und er war von kräftiger Statue Was hatte das Opfer an? Der Mann hatte eine blaue Badehose mit weißem Muster an der Seite Kannst du mir etwas über das Aussehen der Täter sagen? Es waren zwei Täter, einer ist blond und einer braunhaarig Wie groß waren sie etwa? Der blonde ist ungefähr 1,60 und der braune, braunhaarige ist etwas kleiner Was hatten sie an? Der braunhaarige hatte eine bunte Badehose an und ein bunt gestreiftes Oberteil Vielen Dank für Ihre Infos und jetzt gebe ich zurück ans Studio Und nun die Kurznachrichten Sensationeller Fang am Bodensee Die Fischerin Heike Winder hat am Morgen eine 200 Kilogramm schwere Seeforelle aus dem Bodensee gefischt Bombenpfund in Hagenau Beim Abriss eines alten Bauernhauses sind Bauarbeiter auf eine Bombe aus dem Ersten Weltkrieg gestoßen Das Gebiet um die Baustelle wurde weiträumig evakuliert Sport In einem atemberauchenden Spiel gewann der RSV Hagenau 20 zu 0 gegen den VfB Friedrichshafen Und damit übergebe ich an Mario und Mathea vom Wetter Guten Tag und nun das Wetter Das Hoch Anna zieht weiter in den Süden Von Norden drängt ein Tief nach Deutschland herein, das uns jetzt einen Wetterumschwung bringt Morgen in Hagenau teilt sonnig, es können auch einige Schauer auftreten Der Wind frischt auf und wir erwarten Sturmböden Bitte achten Sie auf Sturmwarnung am See Die Temperaturen bewegen sich zwischen 18 und 20 Grad Die Temperaturen bewegen sich zwischen 18 und 21 Da sind die Lange auf und wir aufbinden sind Die Temperaturen bewegen sich zwischen 18 und 20 Grad Die Temperaturen bewegen sich mit 18 und 20 Grad